Es gibt zwei große Schiffe, die vom Bali High Pier nach Kolan fahren. Wenn man den Pier herunterläuft, dann kann man am Ende zwei Schiffe sehen, rechts und links jeweils. Das eine Schiff fährt nach Nabhan, zum Nabhan Pier, das andere fährt zum Tawenn Beach. Jetzt muss ich mich entscheiden, welches Schiff nehme ich. Das kommt darauf an, was ich machen will. Wenn ich nach Nabhan fahre, also zum Nabhan Pier, dann erreiche ich die Hauptstadt von Kolan. Das ist ein kleines Fischerdorf, das ist ganz gemütlich, da kann man durchschlendern. Man kann in Restaurants essen gehen, Souvenirs kaufen. Man kann von da aus auch die Insel erkunden. Man kann sich dort ein Motorrad leihen, man kann auch mit einem Badtaxi zu den verschiedenen Stränden fahren. Also da hat man schon einige Möglichkeiten. Man ist aber halt da nicht direkt am Beach, sondern man muss erst noch dahin fahren. Wenn man zum Tawenn Beach fährt, mit dem Boot, was zum Tawenn Pier fährt, dann ist man schon direkt am größten touristisch erschlossenen Strand von Kolan. Hier hat man den Vorteil, man ist direkt am Beach und kann sich sofort ins Wasser stürzen. Es ist aber auch sehr massentouristisch erschlossen. Aber auch von dort aus kommt man mit den Badbussen oder mit Motorrädern, die man sich vor Ort leihen kann, rum. Man kann also die Insel erkunden und selbst sich die Strände anschauen und sich dann dafür entscheiden, wo man bleibt. Es kommt also so ein bisschen darauf an, was ich gerne machen möchte. Wenn ich jetzt gerne durch das Fischerdorf erst gehen möchte und ein bisschen was essen will, ein paar Souvenirs kaufen will, dann kann ich zum Nabahn Pier fahren und von dort aus kann ich auch, wenn ich mich links halte und Richtung Tempel, Watt laufe, mit den Badtaxis die Insel erkunden. Das ist relativ einfach. Einfach drauf springen, die warten dann bis die Badtaxis voll sind und fahren dann halt zu den Stränden. Das ist auch relativ einfach. Ich kann natürlich auch ein Motorrad leihen, wenn mir das lieber ist und dann kann ich mit einem Motorrad die Insel erkunden. Und dann fahre ich überall hin und fahre dann auf dem Rückweg einfach wieder zum Village, gebe das dort ab, wo ich es aufgenommen habe und kann dann mit der Fähre wieder zurückfahren. Wenn ich zum Tarven Beach fahre, dann habe ich halt wirklich nur einen riesigen Beach vor Ort. Da kann ich zwar auch essen und trinken, aber es ist halt schon sehr touristisch erschlossen. Da brauche ich dann halt nicht erst großartig durch die Gegend zu fahren, um direkt ins Meer zu springen. Das ist der große Vorteil. Aber auch da, wie gesagt, komme ich direkt weg. Man kann sich da auch, wie gesagt, einen Badbus nehmen und der fährt dann auch überall hin. Oder man kann sich auch das Motorrad dort leihen und von dort aus die Insel erkunden.